Best of Kreisliga Fouls. Part 1. Liken und abonnieren um nichts zu verpassen. Kuss Kuss. Hey, was soll das? Gut, Mats. Wiederholen, wiederholen, komm! Genau so, Männer, genau so. Ja, wohl, Mats. Hey! Ja, ja, Ball gespielt. Was für einen Ball hast du gespielt? Einen Tennisball, oder was? Du brauchst schon hinten einen Ball gespielt. Komm hier, Schoki. Komm, Junge! Hey, hey! Hey, 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 hey! Hyphaa! Ach bleach, ach cheese. Hey man, aus der Rand und an dein subscriber! Klasse, Meti! Deswegen. Eine Fresse! Ich muss mal eine Karte geben, lieber! Kann doch nicht sein! Da ist das Ding, komm! Der Strack hat so das Obermach... Boah! Eieieieiei! Bei dem weiß man nie, wer ist immer oben. Aber da legt man eine Ahnung, was ist das? Danke dir Marcel, dass du den Donnermann gemacht hast. Das ist glücklich! Zwei gut! Zwei! Hey! Das ist Ruhe! Was in Ruhe ist das? Du schon, ey! Das muss doch nicht sein, was? Das muss doch nicht sein, was? Das muss doch nicht sein, ey! Das muss doch nicht sein, ey! Das muss doch nicht sein, ey! Und dann fährt sie dem dann jetzt noch da! Dann fährt sie die für so eine Schelle! Das gibt's doch nicht! Ey! Das ist der Wunde zu glauben! Ey! Die lassen sich ja wieder anstrecken! Danke! Ist das lächerlich! Untertitelung des ZDF, 2020